Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Eigentlich dürfte ich gar nicht so gut drauf sein, weil... Urlaub ist vorbei. So, mal das Licht aus. Mal das Licht aus, mal das Licht aus und dann geht er los. Ich kann ja noch einen Moment Licht anlassen. Na ja, nach vorne brauche ich ja noch nicht filmen, es ist ja noch dunkel draußen. Okay, let's go. So, bevor das alle mit Katzen weg sind. Sicherlich die Katzen bei mir hier im Motorraum wieder verkrochen haben, aber ich denke mal, bis dahin werden sie weg sein. Oder bis jetzt. Ja, ein Griffchen gemacht. Ich hoffe, dass ich alles habe. Ich habe mich vergessen. Ja. So, Trailer haben wir dran. Mal kurz noch mal einen Check machen, ob alles funktioniert. Ja, da oben ist noch viel Delle drin. Okay. Müssen wir noch fotografieren. So, hier haben wir, wie die funktionieren. Mal meine Tasche holen, ne? Ja. Mein Trailer. Race to Rescue. Ich will schon mal noch ein Foto machen von der Ecke da oben. Nicht statt zu sagen, ich habe den kaputt gemacht, ne? Der Hebel hier ist, um die Axt zu verschieben. Der ist gelockt. Luft sieht gut aus. Abgeschlossen ist er auch. Okay. Kennzeichenbeleuchtung haben wir nicht. Ha. Alles klar. So. Sieht soweit ganz gut aus. Lichter funktionieren. Ja, auf jeden Fall, von nach vorne werde ich noch mal ein Foto machen von der Ecke da vorne. Aber ansonsten sieht er ja ganz gut aus. So. So. Wenn hier funktionieren auch die Lichter. Also dann. Foto machen und Absuch. Eine Fliegestation haben wir hier wieder. Auf Interstate 81 Nord in Virginia. Ist die Waage im Norden von Virginia Richtung... Richtung Mountain. Halt. 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 Die ist geschlossen. Pre-pass. Halt. Okay. Hey Warren Hey Mike, I just sent you two messages. One of them was empty. The other one has your temporary plate, your BOL and your trailer inspection form. Oh and that sort of plate on that? No, there's a temporary plate. I just sent it to you. Okay, and what do I have to do with that? Do I have to print it out and what? Yeah, I think truck stop. You just go to truck stop, print it out and put it on the back. Okay. Okie dokie. That's it, you got everything. Okay Warren, thank you. Nah, I'm looking for some money. I'm looking for some load for some money. Okay. Okay. Alright Mike, I'll talk to you later. Thank you Warren, bye bye. Bye bye. Bye bye. So these are emfangs right in front of the scale house here. We got two sets of blue lights on the forward. In the top of the scale house here. Yeah I'm looking for those, but... And then we got to look for those at the bottom line. One, two, in the top of the scale. Yeah, my dispatcher has called me right on the roof. Hat mir mitgeteilt, dass er mir die ganze Unterlage geschickt hat für den neuen Trailer jetzt. Also morgen, den ich morgen habe. Und der hat kein Kennzeichen, da muss ich mir erstmal jetzt einen Warmer suchen, weil meine Druckerpatrone alle ist. Dass die mein Kennzeichen noch ausdrucken kann. Das ist doch ein Übergangskennzeichen. Und da muss ich ausdrucken und dann dran packen. Irgendwie. Mal schauen. Nein, nein. Trailer ohne Kennzeichen. Naja, jetzt wollen wir hoffen, dass der gute Ladung für den Trailer bekommt. Man kann nicht mehr in mein Gehirn eindringen. Wo eindringen? Das interessiert denen ein Scheiß-Video aus, siehst du da. Die Leute würden wahrscheinlich noch nicht mal gucken. Aber ich habe gemerkt, ich habe mich immer gewundert, warum die immer so langsam werden. so kurz neben mir, so hinter mir, neben mir. Die fotografieren den Trailer. Weil diese Paw Patrol, Paw Patrol, Paw, Paw Patrol, recht berührend sind hier in den USA. Ich weiß nicht, ich habe ja keine Kinder, deswegen gucke ich sowas nicht. Aber ich denke mal, für die Familien, die Kinder haben, die werden noch kennen. Das ist so eine Zeichentrickserie irgendwie. Von so einer runde Bande. Und die sind richtig tough. Also ich habe mal im Internet ein bisschen gestöbert. Ich habe mich mal so ein bisschen gelesen über die Paw Patrol. Und ja, scheinen sehr populär zu sein. Schon wieder die Blue Ridgemen. Ja, denn heute Abend den Trailer abstellen und morgen früh den neuen Trailer holen. Dann wollen wir hoffen, dass mein Super-Dispatcher eine Ladung dafür findet. Ich muss meinen California-Dispatcher noch anrufen, muss ihm Bescheid sagen, dass ich einen Trailer habe ab morgen für 21 Tage. ein Dry-Ban, 53 Fuß, Swing Door, Dry-Ban. Ja, und dass er mir dafür Ladung suchen kann. Abgeben muss ich den Trailer in Illinois. Aber innerhalb von 21 Tagen kann man halt viel, egal, ich fahre auch nach Süden, nach Texas oder nach Colorado oder was der Geier will. Scheißegal. Auf jeden Fall abgeben muss ich ihn nach 21 Tagen in Illinois. Ich weiß gar nicht, was ich für einen Trailer überhaupt kriege. Ja, also. So sieht das aus. Ja, nach zwei Wochen wieder auf Tour gehen. Ja, ist sehr schwer. Familie war sehr traurig. Meine Frau, meine Hundis, besonders die Schnecke. Aber gestern mit ihr noch schnell tanken. Also habe sie zum Tanken mitgenommen. Ganz schön auf dem Beifahrersatz. Ja, süß aus. Wie gerade auf Kacke. So, jetzt machen wir erstmal eine schöne Pause hier. Nein, ich muss nämlich hier nicht. Wow. Ich habe voll den Druck aufgeworfen. Jetzt wird hier ein Flugzeug für hier. Trucks. Oh, shit. Trucks sind da hier. Ja, ich mache jetzt ein Flugzeug. Achso. Ich bin jetzt 30 Minuten Pause. Ich mache gleich hier, bevor ich jetzt noch mal heilen muss. Ich muss dann gucken. Ich weiß, ich bleibe gleich hier stehen. Okay, jetzt machen wir Pause, 30 Minuten. Ich muss schnell umstellen. Meine Locks. Oh Gott. Was sieht jetzt? Guck mal. Dringend wohin. Dringend wohin. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh. Oh. Gibt mein Bestes. So, weiter geht's. Das war, ich habe 30 Minuten Pause. Ich habe nichts gegessen. Toilette. Und habe hier mit meiner GoPro gespielt. Unfassbar. also Diamant Ries nach Ries nach Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist ein Problem vom Fahrzeug bis hin wird knapp, wird sehr knapp, fein. In Griechen wollen wir schon irgendwie hin. Hier passen wir jetzt in Virginia und dann noch mal kurz ein kleines Stück. Wo ist Virginia glaube ich? So, dann bekomme ich morgen einen Trailer für 21 Tage. Mein Dispatch hat mir organisiert. Ich hoffe, dass er nicht nur den Trailer jetzt organisiert hat, sondern dass er mir dafür auch Ladung organisiert hat. Weil, was ist denn der Trailer ohne Ladung? Muss ich wahrscheinlich selber noch ein bisschen ziehen. So ihr Lieben, jetzt bin ich hier in Allentown. Aber irgendwie bin ich hier total falsch denke ich mal. Weiß ich nicht. Wo ist denn dieses Scheiß Museum, ey? Irgendwo soll das hier sein. Aber, oh, ja. Ist der Grund, warum ich Pennsylvania, ey. Pennsylvania ist, hm. Muss da eigentlich gleich da sein. Also, Hannover Street. Ich habe von denen hier so eine Karte bekommen. 13,8. Oh, ja, nochmal Schwein, ja. Kommt in der Brücke, 13,8. 13,6. Ist bei mir die Grenze. So, eine quarter mile, reach your destination. So, eine quarter mile, reach your destination. Sorry. Habe ich hier so eine Marie kriegt. Und wir müssen da, da drüben müssen wir hin. Da drüben. So, klasse. So, jetzt, wo bin ich jetzt? Bin ich wahrscheinlich hier. Ja. Ja. Ja, genau. So, jetzt muss ich hier rum. Und hier müsst ihr das Musik. Da ist es doch. Ein bisschen langsamer machen wir hier. Immer. Und da geht's. Noche. Vielen Dank. two zwei zwei m Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt steht der Trailer hier und jetzt müssen wir den nur noch abkoppeln So, jetzt geht's Abkoppelt Queller steht da wo er stehen soll Gut, schön geschafft Einen wunderschönen guten Morgen aus Pennsylvania Oh Fahre jetzt zu meinem Trailer, den ich abholen soll LKWs verboten Was ist das denn für eine Scheiße? Ach ne, da Ist da jetzt LKWs verboten oder hier LKWs verboten? Oh mein Gott Oh mein Gott Dann nehm ich den natürlich nicht Und Ja Überraschung Was ist das denn? Oh Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Oh Was ist das denn? Was ist das denn? Oh